heute mit mir eine runde kv sehen ja ich weiß dass es noch viele haben kann ja und was wir heute suchen ist einfach der schnellste auto ob überhaupt eins gibt die zweite frage laut paluten ja weil wir haben ein update gemacht da kann man auch trackquests machen und das wird gleich probieren ich weiß noch nicht wie man hoch schaltet ich weiß noch nicht wie man hoch schaltet das ist das problem und das tut es schon lange dann die tüten zusammen dass dies das beste auto simulation spiel ist er glaubt dass man so gut ist jetzt auch wieder nicht kammerkett jetzt ist los hat es schon wieder aufgehängt es gibt so nicht kvc leslie mitgeladen mitgeladen ich kann jetzt hier stunde lang hier doch ich kann euch warten lassen und es geht los so hier aus meinem schönen haus ich habe mir noch hier in den container wie auch kaum geld balloon hat viel mehr geld weg und wir fahren man hat automat auf und sonst sind oder bezahlt gehen wir mal büro mit der auto stehen noch ich weiß es nicht ja auch klar mir auto stehen aber keiner will oder möchte kaufen ich weiß nicht warum die autos hier noch stehen das können auch sportautos sein was ich habe ich weiß es nicht muss man gucken webseite autos zur rechnung moment so ich hoffe es kommen leute sauber muss nicht der schmutz bestimmte wo durch die autos zu schnell hinkommen aber kommt schon einer und ich hinko ist so und geht es nicht wo der volumen und das auto haben und hat jungen vor was möchten sie denn 17.000 junger mann ich brauche noch 17.000 zahlen was willst du zahlen 18.000 da braucht man gerne nachzudenken mache ich ihnen angebot für 19.000 und 19.000 angebot und weg jungen vor pisch und sie wollte diesen schönen toyota haben könntest du auch haben für 89 müsste ich denke komm man mir 7.190 auch weg so ist schon noch ein auto stehen sie dort durchschtet so ok ich habe jetzt 24.000 jetzt muss man ein auto kaufen aber nachbarschaft so eigentlich das schnellste auto der was kostest du denn 60.000 ich könnte mir das haus kaum dann habe ich aber nur noch 14.000 aber ist ein bisschen kaputt vor ein bisschen viel kaputt 6.000 es wie 0 schaden ne 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 da ist ein großer schaden machen wir mal 45.000 ok 50.000 ok ein test da habe ich mein erster test da warum fährst du nicht doch man fährt sehr langsam oh je boah macht der komische geräusche boah der komische geräusche boah der kweetsche ist das das kweetsche oh das auto sieht geil aus von mir aber uah uah ne leute fahrt das auto jetzt zu repräsentanten mal uah ich bin so weit gefahren muss ich ihn erst mal reparieren lassen die bremse sicher vorspann so so 880 zahl ich noch mal alleine für die reparatur so dann bin ich was was reparatur ich habe jetzt wieder oben da kommt ein kopf das auto 21.000 26.000 24.000 geht verkauft für ein guter preis was sind das ww in kredi dealer vor details ja jetzt da und das auto ich habe aber sie noch ein großer schade so ich kann ich zu machen so das kann ich im moment nicht man schon kein gescheites auto wo schnell ist ein testers gonna open test 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 so weitere aufhängung so leuchtung Beleuchtung, Russland, Deutschland. So, was ist denn das? Ah, irgendwas habe ich schon frei gemacht. So, ich komme wieder raus. Wow. Ist das Licht? Ja, wir haben uns gesteckt. Ja, wir haben gesteckt. Ja, wir haben uns gesteckt. Ja, wir haben uns gesteckt. Was ist denn das für ein Geräusch? Ah, Plinge heißt es. Kann man das nicht auf Deutsch schreiben? Mit dem Auto kann ich kein Rennen fahren. Dann stecke ich aus, mit dem Auto Rennen zu fahren. Und dann verkaufe ich es lieber. Dann gehe ich schlafen. So, Auto verkaufen. Ein Tesla. So, 80.900. Ich gucke, ob einer kommt, dass ich kaufen möchte, dann bestimmt schlafen. Aber was mir mal so auffällt, die ganze Zeit bleibt es 7 p.m. P.m. bleibt die ganze Zeit. Steht egal, ob 19 Uhr als abends. Und jeden Tag ist es hell. Es wird nicht dunkel. Deswegen weiß ich nicht, habe ich am Scheuamt gehe ich jetzt schlafen. Und da es jetzt nichts mehr kommt, gehe ich schlafen. Damit muss man noch ein bisschen zurechtkommen. Ja, ich schlafe noch ein Kontrolle, ich bin noch arm. 1.300 Gewinn gemacht. Neue Tag wird gelernt. Nächster Tag. So, und weg hier. Auto-Auktion ist heute. Auto-Auktion. Schau mal ein paar. Egal, ich gehe jetzt mal zu. Mal zu mir. Ins Büro. 3 p.m. Jetzt aufgemacht. Wir haben 7 p.m. Die Zeit. Ey. Problem ist schlaxen. Dings. Nachbarschaftsgucker. Ob die noch was gescheitzt haben. Wofür ein schneller? Für ein schneller Euro. Oh, Cabrio. Ey. Ich hänge am Baum. Dieses Cabrio verkaufen Sie nur mir, Madame? Wow. Der kann schnell sein. Hallo Oma. Ich will den haben. 32.000. Machen wir ein Schnäppchen. Mit 28.000. Angebot. Oh, ja. Ich habe ihn bekommen. Ich glaube, Leute. hier. Das ist. So. Ja. Der hört sich. Ja. Der geht ab. Ich wusste, dass ich da hinfahren muss. Irgendwas ist immer gut. Oh. Wo ist denn ein hohes strahl? Was ist ein hohes strahl? So ein hoher. Ja. Licht. Wo macht man diese fest? Ich weiß nicht, wo? Wuuuh, die auszーン. der Autofahrer muss noch mal geredet werden Auto total schank gemacht, sehr super Reparatur da wollte ich durch Schnäppchen machen und hab kein Schnäppchen gemacht Reparatur, bitte die Sonne blindet so, ich muss einiges gemacht werden, ich hab was kaputt gefahren so hab ich schon fertig, oh das geht ja schnell ne hier, jetzt haben wir wieder EM PM ist schon wieder vorbei, jetzt muss ich nachts an nein, ich blick da nicht mehr durch Kunde im Büro oh, ich komm angerannt, ich komm angerannt so schnell bin ich nicht da hat einer sein Müllchen geworfen also ich war das ja nicht ob äh wo das Foto wäre schon so, hi so 53 nee, machen wir 57.900 bin ich schon 14.000 Euro ohne geknitten Mädchen so, und weg ist das Auto so jetzt hab ich schon mal 77.000 ich komme auf meine erste 100.000 ja diese Folge heißt der Weg zu 100.000 weil ich weiß immer noch nicht, wo man anfangen kann ich komm nicht rein ich komm nicht rein das war, was denn das ist da wo man so tun muss okay hier hier haben wir nämlich schon Apple Eingabe NDS habe ich was ich habe alles aber wir können nicht NDS eins so ich bin schädel oder kann man autobus schloss als sicher das kann man das gar nicht auch so wie ihr auto ist so schmutzig der abwaschen noch sauber als gelabere da stehen aber straß drin aber das ist ein caprius auf und ich kann und dann kommen wir der rennen fangen kann ja endlich ich kann einstecken was man das kann dann fühlen sie auto gegen tank ist auch voll perfekt aha hier ist es ohne die haben eine gute auto verliere ich den tisch kann ich versiegen karte flug haben wir trennen ihre wette wird beim verlassen des rennes oh jetzt eine runde betrennen mal gucken wie das ist aber ich weiß nicht wie ich hochschalte wie ich dieses dings einsetzen kann man steht jetzt an der seite irgendwo dran erst mal schön fotos machen und auto control shift herunter schalten und dann starte den motor i ich bin schon ja toll ich weiß nicht wie man das ding einsetzt ja schon lang verloren ich wusste nicht wie man das ding ansetzt ich weiß nicht wie ich egal jetzt haben wir haben eine runde trackquests gesehen ich bin 26.000 rm da war mein auto behalten weil so wie ich mitbekommen darf man nur gibt man tauscht man das auto kriegt man das auto noch geschenkt wenn man mit beide jeder das gleiche auto fährt aber ich weiß nicht wie ich das noch einsetzen kann leute ich weiß es nicht aber hier bei dem ich mal geld zurückholen weil das auto sieht hier nicht praktisch aber ich weiß nicht wie ich das muss 13.000 neue kommen noch mit 13.000 ich habe eh nicht mehr so viel ich glaube ich werde das geld nicht bei blackjack ich werde das hier bei autorennen ich weiß aber nicht wie ich dieses dings einsetzt ach ja shift aufrüsten herunterstelle start und stopp 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 ja ein rennen wundern zu aber 13 sekunden aber ich würde jetzt natürlich ganz hat diese rennen fahren weil das macht ja jemand alles ja schon aber ich würde jetzt wieder zurückfahren ich weiß nicht wie ich gucke mich dann mal les wie ich dieses andere einsetzen kann denn los gibt es keiner mehr wobei drin fahren will das auto werde ich aber verkaufen das ist englisch gut fährt auch gut aber er hat mir jetzt wie ein paar guten konzentrikt betrachten müssen darauf bescheiden an und ich muss das video abbrechen weil das sind meine kinder bis dann tschau tschau